Was passiert, wenn du jeden Tag 100 Klimmzüge machst? Diese Frage möchte ich in diesem Video beantworten. Ganz kurz, das hängt ganz von deinem aktuellen Trainingsstand ab. Bist du noch Anfänger und kannst erst 3 oder 4 Klimmzüge am Stück machen, wirst du wohl gar keine 100 Klimmzüge schaffen. Dennoch trainierst du deine Maximalkraft und wirst die Anzahl an Klimmzügen, die du schaffst, wohl verbessern. Packst du schon mehr Klimmzüge am Stück, schaffst du vielleicht die 100 Klimmzüge am Tag. Wenn du maximal so um die 15 Klimmzüge schaffst, kannst du mit dieser Challenge etwas Muskelmasse aufbauen. Außerdem sollte sich die Anzahl der maximalen Klimmzüge, die du schaffst, mit der Zeit ebenfalls vergrößern. Schaffst du schon wirklich viele Klimmzüge am Tag, trainierst du irgendwann nur noch Kraftausdauer. Die täglichen Klimmzüge sollten dir also auf jeden Fall helfen, mehr Klimmzüge zu packen. Außerdem wirst du am Anfang Muskeln aufbauen. Irgendwann wird die Übung jedoch zu leicht oder dein Körper gewöhnt sich zu sehr daran. Dann solltest du unbedingt die Übung austauschen oder eine andere Trainingsmethode verwenden. Außer dass du wohl irgendwann stagnieren wirst, hat die Challenge noch ein anderes Problem. Machst du nur Klimmzüge, trainierst du ziemlich einseitig, da vor allem Rücken und Bizeps trainiert werden. Dir fehlen also auf jeden Fall Übungen für Trizeps, Brust und Beine. Übungen, die das abdecken würden, wären Push-Ups und Kniebeugen. Außerdem macht man die 100 Klimmzüge jeden Tag. Gerade wenn du noch weitere Übungen dazu nimmst und noch nicht so erfahren im Training bist, kann es zu Übertraining und Verletzungen führen. Für den Anfang solltest du die Übungen alle 2 Tage machen. Mit etwas mehr Erfahrung kannst du dann selbst entscheiden, ob dein Körper vielleicht schon am nächsten Tag bereit fürs Training ist. Wenn du also so eine Challenge machen willst, empfehle ich dir, alle 2 Tage 50 Klimmzüge, 100 Liegestützen und 100 Kniebeugen zu machen. Wenn du in einem Satz mehr als 15 Wiederholungen einer Übung machen kannst, solltest du sie gegen eine schwerere Übung, die dieselben Muskelgruppen trainiert, austauschen. So hast du genug Pause, trainierst alle Muskelgruppen und baust besser Muskeln auf als mit einer normalen 100 Klimmzüge Challenge. Hier kommst du zu weiteren Videos auf meinem Kanal zum Thema Training. Abonnier den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen.